Ihr drückt doch! Na drückst du meinen Finger! 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 Alter wie ein Schisser! Schau mal, er drückt dich mal! Er drückt dich mal! Schön mal! Was ist denn? Was ist denn? Was geht ab, Leute? TBT hier! Die Band ist gerade draußen gekommen Und wir werden jetzt ein bisschen über das Meta gehen Über die Decks, was kann man jetzt so spielen und so Welche Decks die Jungs jetzt spielen werden vielleicht Also ich muss mir jetzt alles anschauen Was ist so im Anti-Bereich eigentlich? Welche Decks gibt es denn da so? Wird nur Meta gespielt pur oder Gibt es nicht mal ein bisschen Anti? Gar nichts Keine Chance Echt? Auch nicht Giergeier oder so? Gar nichts! Baris, du musst echt mal einfach Du musst aufhören, deinen Scheiß zu spielen Ist echt so! Komm mal, echt viele Karten sind Draußen könntest du eigentlich echt alles leisten Aber ist doch langweilig wenn jeder Es sollte auch einen im Team geben, der keinen Meta spielt Nein! Was bringt es dem Team, wenn sie nicht erfolgreich sind? Aber umso krasser ist es wenn es dann erfolgreich ist Wird nicht! Es ist halt ein höheres Risiko Also Ich Faris, dass ein Deck Teil 3 fehlt Teil 4 Wir haben ja die Bands besprochen Ich spiele auf jeden Fall In Zukunft spiele ich weiter Cosmo Ähm Ich Mag das Deck, es kommt noch Support raus Ähm Was endest du daran? Du tust einen Teleport raus, einen Alu rein Ja man kann auch Es gibt es andere Builds Es gibt es mit Sword Trooper Es gibt es ohne Sword Trooper Man kann ein bisschen, muss man ein bisschen gucken Es gibt mit 3 Armageddon Knight Hahahaha Hahahaha Tod, Tod Nein Habe ich noch nicht getestet Aber ich glaube das ist nur in der Theorie gut Und in der Praxis nicht so Ähm Auf jeden Fall bleibe ich bei Cosmo Ähm Was auch für mich auch sehr ähm Auf was ich auch echt Bock hätte wäre Burning Abyss Phantom Knights Eventuell testet es mal an Bin mir aber nicht ganz sicher Weil ich mir da wieder auch alles besorgen muss Ähm Auf was ich noch jetzt ähm Was auf jeden Fall noch dabei sein wird im Meta Ist für mich Monarchen Ja Ich denke echt gut Ähm Burning Abyss wie gesagt Ähm Habe ich gerade angesprochen Entweder Pure mit Beatrice Oder auch ohne mit Phantom Knights Cosmo auf jeden Fall Und ich denke Draco Pelz auf jeden Fall auch Es wird immer irgendwie eine Methode geben Dieses Deck zu spielen Dann darf man nicht vergessen was in Zukunft ist Kommt bald ein neues Set raus Ähm Da wird noch ein bisschen paar Überraschungen kommen Ein paar neue Karten und so Also das Meta ähm Ist immer noch sehr abwechslungsreich glaube ich Und wir werden sehen was in den nächsten Wochen Und Monaten passieren wird Ja was für Decks gespielt werden Also ich würde sagen Die äh Zwei Topdecks die man erwarten kann sind Cosmo und äh Phantom Knights mit Burning Abyss Der Rest äh wird man sehen Wie er sich einpendelt Ich denke Monarchen ist auch nicht schlecht Weil Stormforth äh Ähm Sehr gut sein wird gegen Cosmo Und gegen ähm Burning Abyss Eventuell muss man das äh Mit extra Deck jetzt spielen Also viele tun es ja auch Das äh Ist eine sehr gute Variante finde ich Ja Ja Ansonsten Ich denke mal vom Meta wird sich jetzt äh Nicht viel verändern Also ich denke es werden jetzt Keine neuen Decks dazu kommen Ähm Die Decks die jetzt eigentlich da sind äh Also Natürlich äh Beepä wurde geschwächt ne Aber neue Decks werden glaube ich nicht auftauchen Ähm Ja Ja Also ich denke die zwei einfach besten Decks äh Mit bissel Abstand sind einfach ähm Ähm Burning Abyss und Cosmo Ja So ähm Für mich waren immer Die meistgespielten Decks jetzt in dem Meta Cosmo, Pepe, Monarchen und äh Mermel Und äh Und Phantom Knights Stimmt sorry auch noch dazu Also Phantom Knights Burning Abyss halt Ähm Ich werde wahrscheinlich Cosmo weiterspielen mit dem neuen Support auch Wird's wahrscheinlich echt krass sein Eventuell hab ich mir auch schon überlegt ähm Sartella wieder rauszuholen Weil Die meisten Spiele jetzt auch ein bisschen remove und so Deswegen Iron Ball Main und dann ein bisschen auf Anti noch Ist nicht schlecht Kann Test ich auf jeden Fall mal aus Kann bestimmt wieder ein bisschen mithalten Weil gegen Pepe war es War es einfach zu schlecht Und gegen Cosmo war es Ging's wenn man Iron Ball hatte Aber jetzt muss ich halt testen was es so gibt Ansonsten das war's Ist Dracopulse tot? Dracopulse ich glaub mal nicht Also es gibt bestimmt immer Wege irgendwas Neues zu Also an sich wenn man es jetzt die Liste anschaut Denkt man Dracopulse ist tot Aber es gibt immer Wege Man sieht es ja auch mit der Adjusted Bandlist Man findet immer Wege wieder äh Dass es wieder was läuft Dass es gut läuft Auch mit den neuen Support Karten und so Deswegen ist Denke ich nicht dass es tot ist Ansonsten haben wir hier ein äh Ähm jetzt im neuen Set kommen ja zwei neue Decks raus Glaube ich Also Blue Eyes auf jeden Fall Ob das nicht im Meter etablieren wird Wissen wir noch nicht ganz Im OCG Raum wird es gespielt Momentan Aber auch nur zum geringen Anteil Und kommt noch ein anderes Deck raus Ich glaub dieses Arm of H Aber da kenne ich mich leider auch nicht so gut aus Nico nochmal Bei Blue Eyes muss man natürlich sagen Da muss man abwarten welche Karten bei uns raus kommen Weil das OCG hat viele Karten die aus dem Starter Deck zum Beispiel sind Und Promokarten sind Da weiß man noch nicht genau welche Karten bei uns raus kommen werden Also da kann man noch nicht sagen wie stark das wird Ja Wer aber auf jeden Fall auch äh Könnte vielleicht auch oben mitspielen Ja genau Also kommt drauf an wie da einfach noch der Support kommt Und ob diverse Karten wie zum Beispiel die Fusion äh Bei uns raus kommt Wird man abwarten müssen Noch ist ja aus dem nächsten Set eigentlich nichts bekannt ne Also halt jetzt habe ich für euch noch ein paar Infos Ähm SuperQuantrum bestimmt bekommt bestimmt auch noch Support Also wird es auch wieder wissen was spielbar sein Auf jeden Fall kriegt äh Red Raptors Richtig guten Support Also kann man auch richtig gut spielen jetzt dann Aber Farge kenne ich mich ein bisschen nur aus Äh weiß jetzt nicht ob das Also ich habe ein paar Videos angeschaut Ich habe es auch auf Karten durchgelesen Ich weiß jetzt nicht ob das jetzt so spielstark ist wie man es erwartet Aber werde ich auf jeden Fall auch anschauen Also war schon für mich erst so ein neues Panel Deck auf jeden Fall Also daher muss es irgendwas können Und sonst ein Blue Eyes Deck war halt auch eine Option jetzt für die nächste Zeit Ja jetzt das Meta wurde dominiert wirklich von Pepe eine ganze Zeit lang Bis auf jetzt mit Cosmo zusammen und jetzt auf jeden Fall Burning Abyss und Ding Ich bin echt gespannt wie das jetzt weiter wird Ähm mit dem neuen mit dem neuen Support Was es kommt und ähm wir werden uns auf jeden Fall vorbereiten Dann auf die DM Vielleicht kommt da noch irgendwas äh Spezielles Und ähm Badespiel noch was sagen Also ich finde die Liste schon in Ordnung aber Ich finde diese Listen krass wo auf alles geschossen wurde Wo wirklich das Meta komplett zerstört wurde Wo keiner wusste welches Deck man spielt Also so eine Liste hätte ich mehr gefeiert Weil da kam wirklich jeder mit auf einmal Dolce Irgendwas dieser alten Listen wo auf alles komplett geschossen wurde Keiner wusste was gespielt wird Man hatte keine Decks Und jetzt ist halt man weiß halt Cosmo wird dominieren halt Und auch schon Ja oder BR halt aber Aber ist schon in Ordnung Also wie ihr seht es ähm wir seht hier viele verschiedene Meinungen Ja wir werden sehen Genau sagt ihr ähm Sagt ihr wie ihr das Meta jetzt haltet Oder was ihr vom Meta erwartet Ähm was kommen wird was nicht ähm Wer dominieren wird und wer nicht Ähm was ihr spielt so eventuell Ja oder was spielen wollt Ja vielleicht wisst ihr mehr als wir Was in Zukunft passiert Und ähm ja Wir lesen auf jeden Fall alles durch Und nicht vergessen Jungs Yu-Gi-Yu ist Serious Business Oh jeder was geht ab Leute Ich hoffe euch hat das Video gefallen Seht ihr mal Leitens, subscribe, kommentieren Erzählt uns was ihr von unserem Video heute Ansonsten wenn ihr mehr über uns erfahren wollt Checkt unsere Facebooksseite da Und natürlich unsere Sponsoren Alles unten in der Beschreibung Und ansonsten bleibt ruhig